Ende des 19. Jahrhunderts war Frauen der Zugang zu Kunstakademien noch verwehrt. Dennoch hielt Paula Modersohn-Becker an ihrem Ziel fest, Malerin zu werden. Zu Lebzeiten konnte sie allerdings nur eine Handvoll Bilder verkaufen. Heute gilt ihr Lebenswerk als wegweisend für die Moderne. Ihre Arbeiten sind hochbezahlt und in Bremen ist ihr ein eigenes Museum gewidmet. In dem Gemälde mit dem Titel »Birkenweg aus dem Jahr 1900« interpretierte Modersohn-Becker die Landschaftsmalerei für ihre Zeit eher ungewöhnlich. In dem relativ kleinen Bildausschnitt rückte sie Birkenstämme ohne Äste und Blätter sehr zentral in den Bildmittelpunkt. Gut erkennbar arbeitete sie die schwarz-weißen Strukturen der Rinde heraus. Bei allen anderen Bildgegenständen, wie dem Bauernhaus oder der Wiese, beschränkte sie sich auf die grundlegenden Formen. Obwohl diese Landschaftsansicht stark subjektiv geprägt ist, wirkt sie dennoch sehr naturnah. Diese hochwertige Edition auf Künstlerleinwand ist auf 499 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017